Der Voodoo Slot Hi, hier ist Frenkie von den Casino News. Tauche mit dem Voodoo Slot von Endorfino in die unheimliche Welt der schwarzen Magie ein. Gespenstische Bilder jagen der kalte Schauer über den Rücken. Ein Teil der Symbole zeigt Spielkarten, die mit Kreide auf Wandtafeln geschrieben wurden. Der optische Eindruck des Voodoo Slot lässt zumindest vermuten, dass Endorfino hier einen wirklich guten Horrorslot veröffentlicht hat. Es gibt natürlich Walzsymbole und auch Skattersymbole. Zum Beispiel kannst du zehn freie Drehungen bekommen, wenn drei oder mehr Skattersymbole auf den fünf Walzen landen. Außerdem finden sich viele unheimliche Charaktere als die wichtigsten Symbole auf den Walzen. Rund um die fünf Walzen findet man weitere gespenstische Elemente. Das Spiel hat das übliche, moderne Design mit fünf Rollen und drei Reihen mit Symbolen. Im RISC-Future gilt es, Karten zu erraten. Der div attention themen zum auf den anderen Anarchien libertes werdeten. fresh és ist eine der Wובle. Etwas ist eine W environmentally ausgeglichen Applaus, hat es für sich über das W wrench in die Karten machen nicht ihr uns verwendet. Der maximale Jackpot beträgt 20.000 Euro. Hat dir dieses Video gefallen, dann like es, gib ihm einen Daumen nach oben, abonniere meinen Kanal, damit du als erstes informiert wirst, wenn es etwas Neues oder Interessantes in der spannenden Welt des Online-Gamblings gibt. Besten Dank für deine Aufmerksamkeit. Wir sehen uns beim nächsten Video.